Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur neuerlichen How I Treat Serie. Heute widmen wir uns wieder dem Lungenkarzinom und ganz im Speziellen der Immuntherapie, Erstlinienimmuntherapie, beim nicht-kleinzähligen Bronchuskarzinom und einem Update aus dem ASKOR 2021. Es freut mich deshalb ganz besonders, Georg Ball begrüßen zu dürfen. Georg Ball ist Ihnen sicherlich allen bestens bekannt, Universitätsklinik Innere Medizin 5 in Innsbruck, leitet den Schwerpunkt der Thorax-Onkologie dort, ist der Leiter der ITOC und ist bekannt für seine tollen Vorträge. Es freut mich ganz besonders, Georg Ball, dass du uns wieder unterstützt mit einem Vortrag von dir und was wir dich für heute gewinnen konnten. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich glaube, ich darf dir gleich nach noch einem kurzen Satz für die Teilnehmer übergeben. Wichtig wäre, dass wir wirklich interaktiv versuchen zu diskutieren, also in Fragen aufpuppen oder wenn Gedanken kommen, sie können die jederzeit in der Chat-Funktion rechts deponieren. Ich werde sie dann aufgreifen in der Diskussion und an Georg Ball weiterleiten. Ich glaube, nur so kann auch ein virtuelles Meeting wirklich lebendig sein. Also bitte bei Fragen jederzeit melden und abschließend noch ein Dank an die Firma Rosch, die diese Veranstaltung unterstützt. Ein herzliches Dankeschön. Ohne die Unterstützung wäre eine solle Veranstaltung nicht möglich. Wir haben über 50 Teilnehmer und deshalb übergebe ich gleich dir weiter, Georg Ball. Ich glaube, die wollen nachher als Fußballmetscher anschauen, dass er heute sein soll. Also darf ich dir gleich übergeben. Vielen Dank, Georg. Lieber Thomas, herzlichen Dank für die nette Einleitung. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich darf in den nächsten Minuten ein Update geben zum Themenbereich Immuntherapie beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom und dabei natürlich aus aktuellen Gründen den Fokus auch auf die rezenten Daten, wirklich nur wenige Wochen alten Daten vom heurigen ESCO Annual Meeting legen. Werde versuchen, ein bisschen einen Überblick zu geben, was sich in den letzten Monaten in diesem Themengebiet getan hat. Hier meine Conflicts of Interest und hier so ganz grob wiederum mit dem Fokus in den auf die ASCO Daten, die Agenda des heutigen Vortrags. Ich werde beginnen mit der metastasierten Situation und Sie alle wissen, dass die Immuntherapie mittlerweile in der metastasierten Situation des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms, wenn wir mal von den genetisch getriebenen Subtypen dieser Erkrankung absehen, aus der Erstlinientherapie nicht mehr wegzudenken ist. Und sicherlich das Highlight des heurigen ASCO Meetings war ein Update zu einer bereits im letzten Jahr erstmalig präsentierten Studie, nämlich zur Check mit 9 LA Studie, wo wir mit viel Interesse auf die abgedateten Daten mit längerem Follow-up gewartet haben. Und ich möchte dann im zweiten Teil des Vortrags aus Gründen der Aktualität auch auf ein extrem interessantes Thema eingehen, das den heurigen ASCO auch ein wenig dominiert hat, nämlich die Frage, welchen Stellenwert die Immuntherapie mittlerweile in den frühen Stadien des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms hat, also in der neoadjuvanten und adjuvanten Situation von operablen Stadien des NSCLC. Beginnen wir aber mit jenem Bereich, wo wir die Immuntherapie schon relativ lange im Einsatz haben, nämlich der Firstline-Metastasierten Situation. Nun, Sie alle kennen die Therapiealgorithmen, hier herausgegriffen für das Plattenepidelkarzinom im Stadium 4, wenn wir eine multimetastasierte Situation haben und Patienten mit gutem Performance-Status haben. Im Wesentlichen ist die PD-L1-Testung, immunistochemische PD-L1-Testung mit dem sogenannten Tumor Proportional Score, TPS, hier das entscheidende Stratifizierungskriterium, welche Therapie wir einsetzen können, einsetzen wollen. Wir haben auf der einen Seite die Patienten mit jenem Score, den wir heute als PD-L-High bezeichnen, also größer gleich 50% der Tumorzellen werden vom Pathologen immunistochemisch als PD-L1-Positiv eingestuft. Nun, hier haben wir die Möglichkeit, einerseits eine Immuntherapie als Monotherapie zu geben mit der Benchmark Pembolizumab, den neuen Möglichkeiten, Atezolizumab, Zemiblimab, ich werde nicht die Daten zeigen, allerdings auch die Möglichkeit, hier die Immuntherapie mit einem Platin-Dublet-Backbone zu kombinieren. Wenn wir in die zweite Gruppe schauen, die Patienten mit TPS kleiner 50%, dann haben wir die Möglichkeit der Monotherapie nicht, hier erreicht die Effektivität der Immunmonotherapie nicht aus, sondern die Kombinationen mit Platin-Dublet-Plus-Checkpoint-Inhibitor sind hier sozusagen die Therapie der Wahl. Beim Nicht-Platin-Epidel-Carcinom molekularpathologisch negativ ist die Situation ganz, ganz ähnlich, wenngleich hier die Auswahlmöglichkeiten, insbesondere was die Kombinationen Platin-Dublet-Plus-Checkpoint-Inhibitor-Therapie betrifft, noch etwas größer sind. Ganz kurz, was sind denn die Benchmarks? Ich habe das erwähnt. Woran müssen wir sozusagen neue Therapieoptionen messen? Nun, wenn wir in dem Bereich der Monotherapie mit Checkpoint-Inhibitoren sehen, bei den Patienten mit hoher PD-Line-Expression größer gleich 50% TPS, dann ist sicherlich Pembrolizumab basierend auf den Daten der Keynote 24 die Benchmark. Das ist das letzte Update dieser Studie, das es gibt. Sie alle wissen, das war der randomisierte Vergleich, Platin-Dublet-Chemotherapie versus Pembrolizumab-Monotherapie. Und man sieht in diesem Fünf-Jahres-Update mittlerweile, dass die Pembrolizumab-Therapie der Chemotherapie immer noch haushoch überlegen ist. Die Kurven trennen sich früh, sie bleiben getrennt. Wir haben aktuell die letzte Hazard-Ratio mit 0,62 und wir haben in der metastasierten Situation des nicht-kleinzähligen Bonchialkarzinoms im Pembrolizumab-Arm hier ein medianes Gesamtüberleben von 26,3 Monaten. Das ist schon ein unglaublich eindrucksvolles Ergebnis, wenn wir daran zurückdenken, wie lange wir gebraucht haben, um die 12-Monats-Grenze letztendlich irgendwann mal zu überwinden in früheren Zeiten. Nun, was gibt es auf diesem Sektor der Monotherapie PD-Lines hochpositiv für Patienten Neues? Nun, es gibt mit Zemiplimab einen neuen Player, ebenfalls ein Anti-PD-1-Antikörper, eine randomisierte Phase-3-Studie zu diesem Präparat, ist die Empower-Lang-1-Studie. Das war eine Studie, die bei Keynote 24 sehr, sehr ähnlich war. Behandlungsnaive Patienten, PD-Lines über größer gleich 50%, keine EGF-Mutationen, Alkoderos-1-Rearrangements, guter Performance-Status wurden randomisiert zwischen Chemotherapie, Platin-Dopplet versus Zemiplimab-Monotherapie bis zum Progress, primärer Endpunkt, Gesamtüberleben und progressionsfreies Überleben. Ein Crossover im Chemotherapie-Arm auf Zemiplimab war in der Studie vorgesehen. Im Zemiplimab-Arm hatten die Patienten auch die Möglichkeit, nach Progress eine Chemotherapie zu bekommen und zusätzlich zur Chemotherapie Zemiplimab noch weiter fortzuführen. Es gab in dieser Studie, das kann man nicht wegdiskutieren, initial ein wenig Qualitätsprobleme, was die PD-Lines-Testung betraf und das ist auch der Grund, warum Sie jetzt auf diesen Slides immer zwei Kaplan-Meyer-Plots sehen. Auf der linken Seite die sogenannte Intention-to-Treat-Population. Das sind also wirklich alle Patienten, die in diese Studie eingeschlossen wurden und auf der rechten Seite, wenn man so will, eine etwas bereinigte PD-Lines größer gleich 50 Prozent Population, wo man also jene Patienten, die fälschlicherweise als PD-Lines größer gleich 50 Prozent eingestuft wurden, quasi herausgenommen hat. Deswegen ist die Patientenzahl hier rechts auch etwas niedriger als links. Wie auch immer man es dreht und wendet, die Ergebnisse sind nicht dramatisch unterschiedlich. Die Hazard-Ratio in der ITT 0,68, in der bereinigten Population 0,57. Das mediane Gesamtüberleben im Zemiplimab-Arm links bei 22 Monaten rechts noch nicht erreicht. Der Chemotherapie-Arm in etwa in dem Bereich, wo er auch in der Keynote24-Studie abgeschnitten hat. Das heißt, Zemiplimab auch hier der Chemotherapie eindeutig überlegen. Das war auch in den meisten Subgruppen. So, ich möchte Sie auf eine Subgruppe vielleicht besonders hinweisen, die hier ein wenig heraussteigt. Das ist die Subgruppe der Plattenepidylkarzinom-Patienten. Die Ergebnisse für Zemiplimab in der Gruppe der Plattenepidylkarzinom-Patienten sind durchaus eindrucksvoll. Die Hazard-Ratio im Gesamtüberleben hier 0,53. Und wenn wir das gegenüberstellen mit der Keynote24-Studie, dann fällt uns etwas auf, was wir gar nicht häufig bedenken, nämlich die Tatsache, dass der Anteil der Plattenepidylkarzinom-Patienten in Keynote24 relativ gering war mit 56 Patienten. Die Datenbasis aus der M-Power-Lang-Studie für die Plattenepidylkarzinom-Patienten ist hier sicherlich etwas robuster, weil hier mehr Patienten eingeschlossen waren. Die Hazard-Ratio im indirekten Vergleich 0,73 in Keynote24, 0,53 in der M-Power-Lang-1-Studie. ZNS-Metastasen waren, wenn sie vorbehandelt waren und stabil waren in M-Power-Lang-1 erlaubt. Auch in dieser Gruppe zeigte sich ein Gesamtüberlebens-Benefit. Zimiblimab ist mittlerweile seit wenigen Tagen hier auch in dieser Indikation zugelassen, ist also neben Pembrolizumab eine weitere Möglichkeit. Die dritte Studie, die ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte, Sie kennen das Protokoll und das Design, natürlich ist die M-Power 110-Studie. Experimentelles Compound hier Atezolizumab, also ein Anti-PD-L1-Antikörper. Hier waren Patienten erlaubt, die PD-L1 sozusagen selektioniert waren. PD-L1 musste nach dem von Roche entwickelten TC-IC-Score mit dem SP-142-Immunistochemie-Antikörper zumindest in der Stufe 1 positiv sein. Das heißt, hier wurden Patienten eingeschlossen, die entweder oder oder auch in beiden Bereichen, das heißt an den Tumorzellen und oder an den Immunzellen als PD-L1 positiv eingestuft waren. Das heißt, es war ein bisschen ein anders selektioniertes Patienten. Gut, der Vergleich war ähnlich, Platin-Dublet versus Atezolizumab. Monotherapie in der Studie war kein Crossover vom Studiendesign her vorgesehen. Primärer Endpunkt war das gesamte Überleben in der sogenannten Wildtyp-Population, also nach Ausschluss der Patienten mit genetischen Reibern. Und das war das primäre publizierte Ergebnis für die Patientengruppe mit hoher PD-L1-Positivität. Das heißt also ein Score von drei, entweder auf den Tumorzellen und oder den Immunzellen. Auch hier sieht man, wenn man PD-L1 selektioniert, dann kann eine Immuntherapie als Monotherapie der Chemotherapie durchaus überlegend sein. Die Hazard-Ratio hier 0,59. Medianes Gesamtüberleben von 13,1 auf 20,2 Monate verlängert. Es gibt, muss man dazu sagen, ein Update zu dieser Analyse der hoch PD-L1-Positiven Patienten vom WCLC im Jänner 2021. Da geht die statistische Signifikanz in dieser Analyse verloren. Die Hazard-Ratio liegt bei 0,76. Die Crossover-Rate in dieser Patientengruppe, also von Chemotherapie auf Immuntherapie lag bei knapp 35 Prozent. Nun, diese PD-L1-Testung mit dem SP-142-Essay ist etwas, was sich in der Praxis nicht durchgesetzt hat, weil wir es bisher sozusagen auch für unsere Therapieentscheidungen nicht benötigt haben. Deswegen war es naheliegend, dass man versucht, diese Patientenpopulation sozusagen mit einem anderen diagnostischen Essay nachzutesten. Und einer der gebräuchlichsten Essay ist vor allem jener Essay, der hier für die Pembolicumab-Studien in aller Regel verwendet wurde, ist der 22C3-PD-L1-Essay. Und man hat sozusagen die Population der Studie hier nochmal mit diesem Essay nachgetestet und dann jene Patienten in die Analyse eingeschlossen, die mit 22C3 eingestuft wurden als TPS größer gleich 50 Prozent. Und auch hier sieht man die Hazard-Ratio 0,60 zugunsten von AT-Zolizum, aber auch ein statistisch signifikantes Ergebnis. Das mediane Gesamtüberleben 11 versus 20,2 Monate. Nun, wir haben also drei Möglichkeiten, drei Studien. Keinen Head-to-Head-Vergleich, wenn wir das tun, was wir nicht tun dürfen, aber tun müssen, nämlich indirekt die Studien nebeneinander stellen, dann sieht man, dass die Ergebnisse durchaus ähnlich sind. Hazard-Ratio im Gesamtüberleben, im progressionsfreien Überleben, der zusätzliche Nutzen, was die Erhöhung der Response-Rate anbelangt. Was das Crossover betrifft in der Gesamtstudie, hinkt hier die Empower 110-Studie etwas hinter den anderen Studien nach, was sicher ein gewisser Wermutstropfen in der Beurteilung der Daten ist. Je höher das Risk der Crossover ist und bei erhaltener statistischer Signifikanz des Gesamtüberlebens, umso robuster, muss man sagen, werden die Daten. Nun gehen wir in den Bereich der PD-Lines kleiner 50 Prozent Patientenpopulation und hier sind es ohne Zweifel auch wiederum die Keynote-Studien mit Pembrolizumab, die sozusagen unsere Benchmark darstellen, an der wir neue Optionen messen müssen. Keynote 189 für die nicht squamösen Patienten. Es ist das allerletzte Update zu dieser Studie auch vom WCLC Anfang dieses Jahres, wo man sieht, dass die Überlegenheit Chemo plus Pembrolizumab in allen PD-Lines Subgruppen gegeben ist, insbesondere auch in der Gruppe der PD-Lines negativen Patienten, ganz rechts, TPS kleiner 1 Prozent, eine doch beeindruckende Hazard Ratio von 0,52. Für das Plattenepithelkarzinom die analoge Studie, die Keynote 407-Studie, das ist das wiederum rezenteste Update vom heurigen ELCC, also noch ein paar Monate nach dem WCLC, publiziert hier die Hazard Ratio aktuell mit schon langem Follow-up 0,71. Auch hier sehen Sie, die Kurven trennen sich früh, bleiben getrennt. Medianes Gesamtüberleben 11,6 versus 17,2 Monate. Also ohne Zweifel unsere Benchmark. Hier auch aufgeschlüsselt nach PD-Lines, größer 1 Prozent auf der linken Seite, kleiner 1 Prozent auf der rechten Seite. Hier sieht man einen geringen Unterschied. Hazard Ratio 0,68 bei größer 1 Prozent, 0,78 bei kleiner 1 Prozent. Diese Subgruppe war dann auch letztendlich nicht mehr statistisch signifikant. Letztlich die Studie hier aber auch nicht auf eine Signifikanz in dieser Subgruppe gepauert. Nun zum ASCO 2021, beziehungsweise ein kleiner Rückblick auch auf den letztjährigen ASCO. Die Checkmate 9LA-Studie ist so etwas wie ein Herausforderer der jetzt gezeigten Studien und sie verfolgt ein Konzept, nämlich das Konzept oder die Frage, ob eine duale Immuncheckpoint-Inhibition, bestehend aus einem Anti-PD-1-Antikörper-Nivolumab plus einem Anti-CTLA-4-Antikörper in Form von Ipilimumab, einen Vorteil für die Patienten darstellt. Checkmate 9LA war eine First-Line-Studie. Patienten mit metastasiertem NSCLC ohne EGFR-Mutationen oder IQ-Arrangements und guten Performance-Status waren eingeschlossen. Es gab einen Standard-Arm, sogenannten Standard-Arm, auch wenn Sie sehen, diese vier Zyklen Platin-Dublet-Chemotherapie, wir haben es vorhin gehört, sind heute definitiv nicht mehr unser Standard, aber zum damaligen Zeitpunkt, als die Studie designt war, wurde das so definiert, dass das der Standard-Arm ist. Und dieser Standard-Arm wurde dann verglichen mit einem experimentellen Arm, bestehend aus Platin-Dublet-Chemotherapie, allerdings in reduzierter Form. Lediglich zwei Zyklen wurden hier verabreicht und das wurde kombiniert mit einerseits Nivolumab in der Standarddosis, 360 Milligramm alle drei Wochen und Anti-CTLA-4-Antikörper, Ipilimumab in einer relativ im Vergleich zu den Melanom-Dosierungen niedrigen Dosierung, ein Milligramm pro Kilogramm alle sechs Wochen, basierend auf der Idee, dass die beiden Checkpoints CTLA-4, PD-1, PD-L1 in unterschiedlichen Phasen der Immunantwort eine Rolle spielen und man sich hier Synergien erwarten könnte, basierend auf der Tatsache, dass bei anderen Tumorentitäten Melanom, Nierenzellkarzinom diese Kombination durchaus interessante und spektakuläre Studienergebnisse geliefert hat. Der primäre Endpunkt der Studie war das Gesamtüberleben. Das, was ich Ihnen hier zeige, sind die Daten vom letzten Jahr. Die Studie war zum damaligen Zeitpunkt eindeutig positiv, das heißt, der experimentelle Arm, zwei Zyklen, Platin-Dublet plus dualer Checkpoint-Inhibition war besser als die alleinige Platin-Dublet-Chemotherapie, heißt Ration 0,66. Ich hatte auch letztes Jahr nach dem ASCO einige Male die Möglichkeit, die Studie zu diskutieren. Es gab einige Punkte, die man diskutieren konnte. Zwei davon haben herausgestochen, nämlich erstens die Tatsache, dass die Studie ein relativ kurzes Follow-up hatte und man sich aus früheren Studien mit Nivolumab, Impilimumab, vor allem aus der Checkmate 227-Studie eigentlich abgeleitet hatte, dass unter Umständen die duale Checkpoint-Inhibition vor allem bei längerem Follow-up in der späten Phase der Kaplan-Meier-Kurve ihre große Stärke haben könnte. Das Zweite, womit wir letztes Jahr Probleme hatten, war die Frage, wo wir denn sozusagen dieses neue Schema einordnen können. Wie ist die Effektivität im Vergleich mit den gültigen Standards, aber nicht nur die Effektivität, sondern wie ist das auch mit der Toxizität, weil wir doch in der Studie gesehen haben, dass wie erwartet die duale Checkpoint-Inhibition doch signifikant mehr immunvermittelte Toxizitäten verursacht als eine alleinige Anti-PD-1, Anti-PD-Line-Inhibition. Deswegen haben wir mit Spannung auf die Ergebnisse vom heurigen ASCO gewartet und ich habe Ihnen hier nochmal die Kurve vom letzten Jahr bezüglich Gesamtüberleben hier aufgeführt und zeige Ihnen jetzt im Vergleich dazu die Kurve mit dem längeren Follow-up, das zweijahres Update der Studie vom heurigen ASCO. Nun, man sieht, denke ich, auf den ersten Blick, dass die wirklichen Hoffnungen, die wir sozusagen auf das längere Follow-up gehabt haben, sich bis jetzt zumindest nicht wirklich bestätigt haben. Die Hazard-Ratio ist von 0,66 zu 0,72 gewandert. Die Kurven sind nicht wirklich weiter auseinandergewandert, sondern haben sich im letzten Anteil der Kurve sogar etwas angenähert. Nichtsdestotrotz ist die Studie auch mit längerem Follow-up weiterhin eine statistisch signifikant positive Studie. Das mediale Gesamtüberleben von 11 auf 15,8 Monate verlängert. Wenn wir Gesamtüberlebenskurven anschauen, dann ist natürlich immer die Frage wichtig, was haben die Patienten nach Studienabschluss bekommen? Die Subsequent Therapies und hier kommen wir wieder zum Punkt des Crossovers. Crossover von Chemotherapie auf Immuntherapie derzeit in der Analyse mit 37 Prozent angegeben. Das ist sicherlich etwas niedriger wie vorhin gezeigt in manch anderen Studien in dieser klinischen Situation. Und das zweite, was aus meiner Sicht auch interessant ist, dass fast ein Viertel der Patienten, die im experimentellen Arm behandelt worden sind, also ab von zwei Zyklen Platin-Dublet plus Nivoipi bekommen haben, in späterer Folge dann noch einmal mit Platin-Dublet Chemotherapie behandelt worden sind. Das bedeutet für mich, dass doch auch ein suffizienter Teil der Untersucher und Umständen der Meinung war, dass man mit zwei Zyklen Platin-Dublet den Maximum-Benefit dieses Therapiekonzepts noch nicht wirklich ausgenutzt hatte. Subgruppenanalysen, wenig Änderungen zu den Erkenntnissen des vorigen Jahres. Es scheint so zu sein, bei aller Vorsicht, bei kleinen Patientengruppen, dass wirklich alte Patienten über 75 Jahre nicht das ideale Kollektiv für dieses 9-LA-Schema sind. Die Nichtraucher schneiden auch hier schlechter ab als die Raucher. Etwas, was bei Immuntherapie nicht wirklich überraschend ist. Und ein Punkt, den man viel natürlich diskutiert, ist die Frage, welchen Einfluss hat der PD-L1-Status auf das Ergebnis? Und das etwas überraschende in dieser Studie ist, dass egal welche PD-L1-Subgruppe Sie sich hier ansehen in dieser tabellarischen Auflistung hier, PD-L1 kleiner 1%, größer 1%, 1 bis 49% oder größer 50%. Die Hazard Ratio ändert sich kaum 0,67, 0,7. Das heißt, der PD-L1-Status scheint hier keinen Einfluss zu haben. Sekundäre Endpunkte, PFS, Duration of Response, da gab es kaum Änderungen zum letztjährigen Ergebnis. Die Studie ist auch in diesen Endpunkten positiv. Das ist wenig überraschend. PD-L1-Subgruppen noch etwas im Detail. Da ist vor allem die PD-L1-negative Subgruppe mit Niveau IP immer wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Auch hier hatte man aus Checkmate 227 den Eindruck, dass das eine Gruppe sein könnte, die vielleicht besonders profitieren kann. Nun, auch in der aktualisierten Analyse sieht man, dass das experimentelle Schema in 9LA besser ist als die Chemotherapie alleine. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Interessant, die exploratorische Analyse, wenn man diesen Effekt bei PD-L1-negativen Patienten noch nach Histologie sozusagen auflöst, dann sieht man vor allem bei den Plattenepidellkarzinomen hier unten angeführt eine Hazard Ratio von 0,48, die doch beeindruckend ist. Bei Nicht-Plattenepidellkarzinomen 0,75. Vorsicht, eine exploratorische Analyse, aber doch ein interessanter Wert. Diesen Effekt des Unterschieds zwischen Platten- und Nicht-Plattenepidellkarzinomen sieht man umgekehrt bei den PD-L1 größer gleich 1% Patienten nicht. Welche Subgruppe ist es jetzt für die 9LA vielleicht ein Schema sein könnten? Nun hier die größer gleich 50% Subgruppe herausgegriffen. Ich glaube, das ist nicht die Gruppe, wo 9LA eine große Bedeutung haben wird. Man sieht hier, dass man, wenn man Chemotherapie plus Niveau plus IP verwendet, in der Hazard Ratio ähnlich abschneidet, als wenn man Pembrolizumab als Monotherapie verwendet. 0,65, 069, 067. Das heißt, da habe ich sicherlich mit der Pembrolizumab bedeutend weniger Toxizität und ein mehr oder weniger identes Outcome. Wir wissen aus der ebenfalls am WCLC auch publizierten Keynote 598-Studie, die Pembrolizumab versus Pembrolizumab plus Ipilimumab verglichen hat. Also die Zugabe von Ipilimumab zu Pembrolizumab in einer Gruppe von Patienten mit PD-L1 hoch, also über 50%, dass das keinen Nutzen gebracht hat. Ein weiteres Indiz dafür, dass diese Gruppe wohl nicht für 9LA geeignet ist. Für 1 bis 49 haben wir noch zu wenig Informationen, um das final zu beurteilen für die PD-L1 negative Subgruppe. Nun da sticht wiederum vor allem die Plattenepithelkarzinom-Gruppe heraus, die Hazard ratio 048 in 9LA. Das analoge dazu aus der Keynote 4.07-Studie waren die Hazard ratio von 0,79. Also hier unter Umständen eine Gruppe, für die man 9LA überlegen kann. Vor allem zumal das Chemotherapie-Backbone Platin-Baclitaxel in Keynote 4.07 sicherlich auch ein toxizitätsmäßig nicht unproblematisches Backbone ist. Und damit vielleicht der Vorteil mehr zum Tragen kommt, wenn man lediglich zwei Zyklen einer solchen Therapie verabreicht gegenüber den vier Zyklen, wie das in 4.07 der Fall war. Wenn man das also nun versucht zusammenzufassen, dann denke ich, wir haben jetzt ein längeres Follow-up von 9LA, aber wir haben keine wesentlichen Änderungen in den Take-Home-Messages. Wir haben eine klar positive Studie. Ein wenig wird das allerdings durch das niedrige Crossover getrübt. Im indirekten Vergleich haben wir sicherlich mehr immunvermittelte Toxizität, als wenn wir Pembrolizumab, Atezolizumab in Kombination mit Chemotherapie als Monotherapie verwenden. Die 9LA hat sicherlich im Vergleich zur alleinigen Niveau-IPI-Gabe die Schwäche der frühen, frühprogredienten Patienten durch die zwei Zyklen Chemotherapie ausmerzen können. Aber wie schon vorhin erwähnt, sind wir uns auch nicht ganz sicher, ob nicht für einen Teil der Patienten die zwei Zyklen Platin-Duppert sogar zu wenig sind. Wir haben unter Umständen die Frage zu klären, ist das wirklich klinisch relevant, weniger Chemotherapie, Toxizität, wenn wir statt vier zwei Zyklen geben. Die entscheidende Frage ist natürlich auch, wie sieht es mit der Effektivität im Vergleich mit den gültigen Standards aus und mit der Patientenselektion. Ich habe auf diese für die Lines-negativen Platten Epithelkarzinom-Patienten ein wenig hingewiesen. Hauptproblem ist sicherlich, dass wir nach wie vor auf der Suche nach einem prädiktiven Biomarker für diese duale Immuncheckpoint-Inhibition sind. Soweit zu diesem Themenbereich ASCO. Metastasierte Situation Firstline und ein wenig darüber hinaus, was es an neuen Optionen in diesem Bereich gibt. Damit möchte ich überleiten zum zweiten Themenblock, nämlich zur Frage Immuntherapie in den frühen Stadien des nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Nun, wenn wir über Adjuvante oder Neo-Adjuvante Systemtherapie beim NSCLC sprechen, dann ist das Platin-Dublet und zwar das Cis-Platin-basierte Platin-Dublet in aller Regel unsere Standardtherapie. Wir können dieses Cis-Platin-Dublet Adjuvant hier auf der linken Seite in der Meta-Analyse verabreichen oder Neo-Adjuvant vor der Operation hier auf der rechten Seite in der Meta-Analyse dargestellt und Sie sehen im indirekten Vergleich ist der Effekt ähnlich und er ist ähnlich moderat. Wenn wir uns das insgesamt ansehen über alle Stadien hinweg, dann ist der absolute Überlebens-Benefit hier im Bereich von etwa 10 Prozent, 5 Prozent, 5 bis 10 Prozent anzusiedeln, geht in dem Stadium 3 bis maximal hinauf auf einen 15-prozentigen Benefit. Das ist für die Toxizität, die mit einer solchen Therapie verbunden ist, eigentlich ein relativ geringer Benefit. Nichtsdestotrotz ist das derzeit das, was wir in unserer täglichen Praxis machen. Nun, im metastasierten Setting, das haben Sie vorhin gesehen, hat die Immuntherapie sich hier als Game Changer erwiesen. Und da liegt natürlich die Frage nahe, welcher Stellenwert kann denn eine Immuntherapie in frühen Stadien des NSCLCs haben? Und wir haben in den letzten Jahren mehrere Studien gesehen auf Phase-2-Niveau, die vor allem im Neo-Adjuvanten-Setting versucht haben, ein bisschen ein Gefühl dafür zu schaffen, welche Effektivität die Immuntherapie hier haben könnte. Das waren einerseits hier im oberen Kästchen dargestellt Studien zur Immunmonotherapie, Neo-Adjuvant. Und man sieht ganz rechts, dass man hier schon spektakuläre sogenannte Major-pathologische Response-Raten erzielen konnte, mit zum Teil nur zwei Zyklen einer Immuntherapie vor einer geplanten Operation. Im historischen Vergleich wesentlich höher, als das zum Beispiel mit einer Platin-Dublet-Chemotherapie erreichbar war. Und noch höher, hier rechts dargestellt, 83%, 57% Major Pathological Response. Wenn man die Immuntherapie mit einer Platin-Dublet-Chemotherapie im Neo-Adjuvanten-Setting für drei bis vier Zyklen kombiniert hat. Das war schon ein erster Hinweis, dass die Immuntherapie hier in frühen Stadien eine Rolle spielen könnte. Und es war natürlich naheliegend, dass man dann in die Phase-3 hineingegangen ist. Und in die Phase-3 ist man gegangen, sowohl im Neo-Adjuvanten-Setting, wo es viele, ich sage jetzt mal, theoretische Überlegungen gibt, dass das vielleicht sogar noch vielversprechender sein könnte als eine adjuvante Immuntherapie. Und es laufen eine Reihe von randomisierten Phase-3-Studien zu diesem Konzept der Neo-Adjuvanten-Immuntherapie. Andererseits gibt es mindestens ebenso viele Phase-3-Studien auch zur Frage Immuntherapie in der adjuvanten Situation. Und zwei dieser Phase-3-Studien, eine aus dem Neo-Adjuvanten-Setting, die Checkmate 816-Studie, und eine aus dem Adjuvanten-Setting, die Impower 010-Studie, haben in den letzten Monaten erste Daten sozusagen präsentiert. Und ich möchte Ihnen diese Studien und ihre Ergebnisse ein wenig näher bringen. Beginnen wir mit Checkmate 816, weil die Präsentation, die Erstpräsentation etwas vorangegangen war, nämlich am AACR vor wenigen Monaten wurden die ersten Daten dazu gezeigt. Hier ist das Studiendesign. Das waren also neu diagnostizierte Patienten mit resektablem NSCLC vom Stadium 1b mit einem Primär-Tumor größer 4 cm bis zum Stadium 3a, noch nach der alten TNM-Klassifikation definiert, mit gutem Performance-Status. Hier waren Patienten mit EGFR-Mutationen und Alkyl-Arangements ausgeschlossen. Das war initial eine dreiarmige Studie. Der Arm mit der neoadjuvanten alleinigen Nivo-Ipilimumab-Therapie, Kombinationstherapie, der wurde aber geschlossen. Zu diesem Arm liegen uns derzeit noch keine Ergebnisse vor. Was dann letztendlich übrig blieb, waren zwei Studienarme. Und zwar ein sogenannter Standardarm mit drei Zyklen-Platin-Dublet-Chemotherapie und ein experimenteller Arm mit der identen Platin-Dublet-Chemotherapie und zusätzlich der Gabe von Nivo-Ipilimumab in der Standarddosierung. Für drei Zyklen dann erfolgte ein radiologisches Restaging und die Operation. Es gab dann optional noch die Möglichkeit, adjuvante Chemotherapie und auch Bestrahlung sozusagen hier anzuhängen. Das Besondere an der Studie ist, dass das die erste Studie war, die als primären Endpunkt hier nicht einen Überlebensendpunkt gewählt hat, sondern einen pathologischen Endpunkt, nämlich die pathologische Komplettremissionsrate von einem unabhängigen pathologischen Review-Komitee bestimmt. Das Event-Free-Survival ist der zweite primäre Endpunkt der Studie. Diese Daten sind allerdings noch nicht reif. Sekundäre Endpunkte, Major Pathological Response, Overall Survival, Time to Death or Distant Metastasis. Nun, bei den Patientencharakteristika wenig Überraschungen. Bei weitem die überwiegende Zahl der Patienten im Stadium 3a, etwa 50 zu 50 zwischen Plattenepidylkarzinom und Nicht-Plattenepidylkarzinom. Pedeleins-Status, wie man es erwarten würde. Und das ist das Ergebnis zu diesen primären pathologischen Endpunkten links. Der primäre Endpunkt pathologische Komplettremissionsrate. Und Sie sehen, dass durch die Zugabe von Nivolumab die Rate an kompletten pathologischen Remissionen im Operationspräparat dramatisch gesteigert werden konnte. Von 2,2 Prozent auf 24 Prozent. Das war ein hochsignifikantes Ergebnis. Auch wenn man das Ergebnis jetzt im Sinne der Major Pathological Response sich ansieht, wo sozusagen definitionsgemäß weniger als 10 Prozent vitaler Tumorrest enthalten sein musste, dann ist das Ergebnis ähnlich. Deutlich höhere MPR-Rate von 36,9 Prozent unter Niveau plus Chemo. Chemo plus Niveau versus Chemo alleine. Auch das ein deutlich signifikanter Unterschied. Subgruppenanalysen. Nun, da hat sich wenig letztlich Besonderes gezeigt. Die Effekte waren ähnlich, je nachdem welches Tumorstadium, welche Histologie man sich angesehen hat. Ein bisschen höher war der Effekt, wie man es erwarten würde. Bei PD-Lines größer gleich 1 Prozent gegenüber PD-Lines kleiner gleich 1 Prozent. Allerdings waren auch hier bei den PD-Lines negativen Patienten die Raten an PCR höher im Niveau arm als im alleinigen Chemotherapie arm. Nun, die Toxizität, hier gab es wenige Überraschungen, lediglich drei Zyklen, die Volumab sozusagen. Hier gab es immunvermittelte Toxizitäten, aber mit geringer Häufigkeit und mit einer Schweregrad, wie man das erwartet hätte aus den Erfahrungen in der metastasierten Situation. Am ASCO hat man diese Daten noch ein wenig abgedatet. Da ging es vor allem um die Frage, hat die neoadjuvante Immuntherapie einen unter Umständen negativen Einfluss auf die Operation und auf das Ergebnis und auf die Mobilität der Operation? Nun, die kurze Antwort auf diese Frage ist, dass man einen solchen negativen Einfluss nicht gesehen hat. Es gab sogar eine Tendenz in die entgegengesetzte Richtung. Man sieht, dass hier im Chemo-Plus-Niveau arm nicht weniger Patienten zur Operation gekommen sind, wie man das vielleicht spekulieren hätte können, aufgrund von Nebenwirkungen, als dies im alleinigen Chemotherapie arm der Fall war. Man sieht auch, dass die Operationsdauer bei den Patienten, die Chemo-Plus-Niveau erhalten haben, im Schnitt sogar etwas niedriger war als bei den Patienten, die die alleinige Chemotherapie erhalten haben. Und auch in der Invasivität des Eingriffs gab es gewisse tendenzielle Vorteile für die Gruppe mit Chemotherapie plus Nivolumab. Man sieht, dass die Zahl der minimalinvasiven Eingriffe hier etwas höher war am Chemo-Plus-Niveau. Man sieht auch, dass die Zahl der Konversionen von minimalinvasiven Eingriff hin zu einem offenen Eingriff im Chemo-Niveau-Arm etwas geringer war. 11% versus 20% im Stadium 3a, was doch einfach auch darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich durch die zusätzliche Immuntherapie zu einem besseren Downstaging, Downsizing in der Studie gekommen ist. Das hat man auch in den Ergebnissen zum bildgebenden Response zeigen können und dadurch die Operation sogar etwas erleichtert wurde und nicht hier ein nachteiliger Effekt eingetreten ist, wie man es vielleicht unter Umständen auch befürchten hätte können. Nun, was ist Checkmate 816? Es ist, denke ich, eine Studie mit einem frühen Effektivitätssignal und es ist die erste Studie, die das, was wir in den einarmigen, nicht-randomisierten Phase 2 Studien zur näher relevanten Immuntherapie schon gesehen haben, im historischen Vergleich mit Chemotherapiedaten, die das jetzt auch in einem randomisierten Setting einer Phase 3 Studie nachweisen konnte, dass die pathologischen Remissionsraten durch die Zugabe der Immuntherapie ansteigen. Aber ich denke, dass diese Endpunkte als Zulassungsendpunkte und damit als Endpunkte, die dazu führen, dass wir dieses Konzept in unsere tägliche Praxis überführen, nicht ausreichend sind. Wir müssen hier Survival-Endpunkte abwarten, weil wir nicht wissen, wie gut diese pathologischen Endpunkte bei Einsatz einer Immuntherapie wirklich mit dem Überleben der Patienten letztendlich dann korrelieren. Wir haben keine negativen Auswirkungen der Immuntherapie auf die Operation gesehen. Die Frage, die wir natürlich haben, sind diese drei Gaben, Immuntherapie, Neoadjuvant, ausreichend? Sind sie optimal, um das Maximum des Effekts auszulösen? Und natürlich die Frage, Neoadjuvant-Immuntherapie versus Adjuvant-Immuntherapie, gibt es hier Unterschiede? Welches Konzept ist besser? Auch das kann natürlich Checkmate 816 aufgrund des Designs gar nicht beantworten. Und das führt mich dann zur letzten Studie, die ich Ihnen noch vom ASCO zeigen möchte. Das ist genau die erste Studie, randomisierte Phase 3 Studie, die sich jetzt mit der Adjuvant-Immuntherapie beschäftigt hat und Daten nun präsentiert hat. Und das ist Empower 10. Wenn Empower hier steht, dann heißt es immer, dass Atezolizumab im Spiel ist. Und das ist in der Studie dann auch der Fall. Das sind jetzt Patienten sozusagen, die im Stadium 1b bis 3a eine komplette, vollständige operative Sanierung hinter sich hatten, guten Performance-Status hatten, die dann standardmäßig Adjuvant-Immuntherapie erhalten haben und daran anschließend dann randomisiert wurden. Randomisiert wurden zwischen dem, was wir derzeit mit diesen Patienten machen, sozusagen eine Nachsorge hier als Best Supportive Care tituliert, und im experimentellen Setting einer Adjuvant-Immuntherapie mit Atezolizumab in der bekannten Dosierung für ein Jahr 16 Zyklen. Und dann gingen diese Patienten in Survival-Follow-Up. Das war eine Studie mit All-Commerce. Das heißt, die Patienten wurden grundsätzlich unabhängig von ihrem PD-L1-Status eingeschlossen. Und die Patienten wurden dann analysiert. Der primäre Endpunkt der Studie war das krankheitsfreie Überleben. Die Patienten wurden primär in einer PD-L1-selektionierten Population, nämlich Patienten mit PD-L1-Tumor-Score von größer gleich 1%, bestimmt mit dem SP-263-Essay. Also nicht mit dem Roche-eigenen SP-142, sondern mit dem SP-263-Essay. Und es gab dann eine hierarchische Testung. Zweiter primärer Endpunkt waren dann alle randomisierten Patienten, unabhängig von der PD-L1-Expression im Stadium 2 und 3a. Und zu guter Letzt dann die dritte Analyse, die Intention-to-Treat-Population. Alle PD-L1-Patienten negativ bis hoch positiv, Stadium 1b bis 3a. Nun zum Design einige wenige Kommentare. Best Supportive Care als Standardarm. Hier stellt sich für mich ein bisschen die Frage, hätte man hier nicht ein Placebo verwenden müssen, wenn man krankheitsfreies Überleben und nicht Gesamtüberleben als primären Endpunkt verwendet. Es gab in der Studie kein Crossover. Hier ist nicht ganz klar, was das sozusagen für die Erstbehandlung der Patienten sozusagen in einem eventuellen Relaps bedeutet. Und diese Daten, was die Patienten dann in weiterer Folge bekommen haben, liegen derzeit noch nicht vor. Und die Frage, die sehr viel diskutiert wird, das ist der korrekte Endpunkt einer adjuvanten Studie beim NSCLC. Ist es das krankheitsfreie Überleben mit dem Argument, wir bekommen früher Ergebnisse oder muss es nicht in Wirklichkeit doch das Gesamtüberleben als wirklich härtester Endpunkt in dieser klinischen Situation sein? Patientencharakteristika, das ist sehr, sehr voll gepackt, weil hier die unterschiedlichen Populationen gegenübergestellt sind oder nebeneinander gestellt sind. Ich möchte nur auf ein paar Dinge hinweisen. Es waren alle Histologien erlaubt. Es überwiegte die nicht squamöse Histologie mit einem Prozentsatz von 65%. Es war ein relativ hoher Prozentsatz an Nichtrauchern in der Studie inkludiert. 22% der Patienten wurden als Nichtraucher eingestuft. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass in dieser Studie Patienten mit EGFR-Mutationen und IQ-Arrangements erlaubt waren. Diese Patienten waren nicht ausgeschlossen. Das heißt, wir wissen ja heute aus der metastasierten Situation, dass das wahrscheinlich Patienten sind, die von einer Immuntherapie tendenziell weniger profitieren. Und man würde wahrscheinlich aus heutiger Sicht solche Patienten nicht mehr unbedingt in eine solche Studie mit hineinnehmen. Damals hat man das gemacht. Nichtsdestotrotz, das sind die ersten Daten zum primären Endpunkt. Das ist jetzt krankheitsfreies Überleben für Patienten mit einem PD-Line-TPS von zumindest 1% oder höher im Tumor-Stadium 2 und 3a. Und in dieser Patientengruppe zeigt die adjuvante Artezolytiumab-Therapie einen statistisch signifikanten Benefit. Die Hazard-Ratio bei einem Follow-up von mittlerweile schon 32,8 Monaten 0,66. Das Ergebnis ist statistisch hochsignifikant. Und die Kurven trennen sich früh auf und sie bleiben auch im Langzeitverlauf getrennt. Auch nach dieser 12-Monats-Marke, wo die Artezolytiumab-Therapie beendet wurde, bleiben die Kurven weiterhin getrennt. Das ist nun der zweite Endpunkt in der hierarchischen Testing. Das sind jetzt wiederum alle Patienten in Stadium 2 und 3a. Aber hier sind auch die PD-Lines negativen Patienten mit ihr in der Analyse inkludiert. Also PD-Lines All-Commerce, wenn man so will. Die Studie in dieser Subgruppe immer noch statistisch signifikant. Aber man sieht, der Effekt dünnt sich ein wenig aus. Die Hazard-Ratio liegt bei 0,79. Der P-Wert 0,02. Und wenn wir hier in die Subgruppen hineinschauen, dann bekommen wir ein Gefühl, warum dieser Effekt des Ausdünnens sozusagen hier vorhanden ist. Und das sieht man vor allem, wenn man hier in die PD-Lines-Subgruppen schaut. Die Subgruppe der Patienten, die tatsächlich wiederum PD-Lines hochpositiv sind, hat eine Hazard-Ratio von 0,43. Wenn man sich die anschaut, die größer 1% sind, dann ist das nur mehr 0,66. Und sieht man sich die Patienten an, die negativ sind für PD-Lines, dann liegt das bei 0,97. Also da ist dann kein Effekt mehr zu sehen. Das heißt, der Effekt der Adiobant-Nimmuntherapie scheint PD-Lines abhängig zu sein. Und wie man es erwarten würde, sieht man hier auch bei den EGFR-Mutations- und Alk-Rearrangement-positiven Patienten eine Hazard-Ratio von etwa 1. Also auch hier ist kein therapeutischer Effekt zu sehen. Gehen wir noch in der hierarchischen Testung weiter. Dann sind das jetzt sozusagen die PD-Lines All-Commerce mit Einschluss auch der Patienten im Stadium 1b. Also die gesamte Intention-to-Treat-Population. Und dann geht dieser Effekt der Ausdünnung sozusagen noch weiter. In dieser Subgruppe oder in dieser Gruppe der Patienten ist der Effekt nicht mehr statistisch signifikant, zumindest nicht in der momentanen Interims-Analyse, die Hazard-Ratio nur mehr bei 0,81. Wir haben noch keine reifen OS-Daten. Man hat hier trotzdem Kurven gezeigt für die verschiedenen Gruppen. Vielleicht ein minimaler Trend in der Gruppe der Patienten PD-Lines. Größer 1% Stadium 2 bis 3a. In allen anderen Gruppen überlappen sich derzeit die Kurven. Aber der Reifegrad dieser Daten noch sehr, sehr gering und damit die Aussagekraft nicht gegeben. Schauen wir auf die Toxizität. Nichts wirklich Überraschendes, aber einen Hinweis muss man hier doch machen, wenn man die Frage stellt, ist das reif für die tägliche Praxis? Die Toxizität ist nicht hoch, aber es gab immerhin vier Todesfälle im Atezolizumab-Arm, die zumindest von den Untersuchern auf eine behandlungsassoziierte Toxizität zurückgeführt worden sind. Das heißt, ein Jahr lang Immuntherapie ist sicherlich eine Therapie, in der es auch mal relevante und schwerwiegende Nebenwirkungen ergeben kann. Das heißt, man muss die Indikation hier, denke ich, trotz der guten Verträglichkeit der Immuntherapie sehr, sehr sorgfältig stellen. Wenn wir das versuchen zu bewerten, dann gibt es ein paar Punkte zum Design. Ich habe sie erwähnt, die man diskutieren kann. Ich glaube, die Studie hat schon ein wirklich vernünftiges Follow-up, um eine erste Beurteilung zu ermöglichen. 20 Monate über die Atezolizumab-Therapie-Phase hinaus. Sie hat ein klares Effektivitätssignal. Die DFS-Kurven bleiben auch im Langzeitverlauf getrennt. Und die Frage, die wir natürlich haben, welche Subgruppen profitieren wirklich? Also die Gruppe größer. 50 Prozent, wie sieht es aus mit der 1 bis 49 Prozent Gruppe? Das wurde bisher nicht gezeigt. BD-Lines negativen Patienten. Wie schauen die Ergebnisse aus, wenn man die EGFR- und ALK-positiven Patienten hier herausrechnen würde, also eine sogenannte Wildtyp-Population analysieren würde? Die Daten zum Gesamtüberleben sind noch nicht reif. Da wäre natürlich das, was uns unter den Fingernägel brennt, die Frage, wie schaut das Gesamtüberleben bei den Patienten mit BD-Lines größer gleich 50 Prozent aus? Diese Daten wurden ebenfalls noch nicht gezeigt. Welche Behandlungen haben die Patienten im Rezidiv bekommen? Wie war das Outcome? Wenn ich das zusammenfasse, würde ich sagen, weder die Neo-Adjuvante noch die Adjuvante Immuntherapie ist mit diesen Daten etwas, was wir ab sofort in der täglichen Praxis umsetzen können, umsetzen müssen. Wir werden hier noch weiteres Follow-up, weitere Daten aus dieser und auch aus anderen Studien brauchen, um eine endgültige Bewertung vornehmen zu können. Ganz am Ende noch ein Abstract, das ich Ihnen zeigen möchte, weil es nicht wahnsinnig viel so ein Spektakuläres auch beim metastasierten NSCLC gegeben hat, am ASCO, habe ich Ihnen hier Survival Plots mitgebracht von einem Poster, das gezeigt wurde, Progression-Free Survival und Overall Survival. Und das Überraschende hier, das waren alles Patienten, die Mivolumab in der Second-Line-Therapie bekommen haben. Und was hat sozusagen zu diesem Aufsplitten der Kurven geführt? Die Kollegen dort haben letztendlich lediglich analysiert, ob die Patienten in dieser Gruppe ihre Immuntherapie mehrheitlich am Vormittag oder am Nachmittag erhalten haben. Und das erstaunliche Ergebnis war, dass die Patienten, die am Vormittag behandelt wurden, in allen Survival-Endpunkten substanziell besser abgeschlossen haben, als die Patienten, die ihre Immuntherapie am Nachmittag erhalten haben. Die Unterschiede im medianen progressionsfreien Überleben, im medianen Gesamtüberleben, zum Teil dramatisch, die Spekulation dahinter, ob es hier irgendeine zirkadiane Rhythmik des Immunsystems geben könnte, die so einen Effekt erklären könnte. Das ist letztendlich, denke ich, etwas, was spektakulär und interessant ist und wo es sich vielleicht mal auch lohnt, in Ruhe drüber nachzudenken. Ich darf damit zusammenfassen, was das metastasierte NSCLC betrifft, sind die Algorithmen im Wesentlichen unverändert geblieben. Checkmate 9LA ist eine mittlerweile zugelassene Option, wo die Einordnung in diese Algorithmen weiterhin schwierig ist. Die Immuntherapie Neoadjuvant, Adjuvant, da haben wir erste Phase 3 Studiendaten gesehen. Die Studiendaten sind vielversprechend, reihen sich damit ein in die Ergebnisse beim Melanom und mittlerweile auch beim Nierenzellkarzinom, was die Immuntherapie betrifft. Aber für eine Umsetzung in die Praxis brauchen wir ein längeres Follow-up. Ganz am Schluss habe ich Ihnen noch die spekulativen Daten zur zirkadianen Rhythmik des Immunsystems gezeigt. Ich denke, das ist interessant, aber natürlich auch weit weg sozusagen von einer unmittelbaren Bedeutung für die tägliche Praxis. Damit danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn es Fragen gibt. Natürlich gibt es viele Punkte, die man noch mehr im Detail diskutieren kann. Und bedanke mich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Georg, für den schönen Übersichtsvortrag. Extrem spannend, die zirkadiane Rhythmik. Das war mir überhaupt nicht so bewusst, aber man sieht, einfache Dinge sind oft entscheidend. So eine Separierung der Kurven sieht man selten. Beim Kolonkarzinom ist links versus rechts und beim Lungenkarzinom ist morgens versus abends. Also extrem spannend. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte einfach ein Fragentool notieren. Ich hätte eine Frage und zwar für die täglich klinische Praxis. Du hast das immer wieder betont, weil es immer wieder Diskussion ist, die Bestimmung des PD-Line-Status. Wie macht ihr das in der täglich klinischen Praxis? Brauche ich jetzt auf dem Partnerbefund SP142, SP263, 22 CR? Oder sagt ihr, nein, ich mache eine Bestimmung und gut ist, weil irgendwann ist es, oder du hast dir die Daten auch gezeigt, dass sich das Outcome nicht wesentlich ändert. Oder wie habt ihr das für euch geregelt? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir haben eine klare Regelung. Wir verwenden einen Essay. Wir verwenden den 22C3-Essay, der aus meiner Sicht aber auch gleichzusetzen ist mit dem SP263-Essay. Also ob man jetzt den einen oder den anderen hier verwendet, das ist wirklich ein bisschen unter Anfangszeichen Geschmackssache. Wir verwenden nicht den SP142. Wir ziehen auch die Färbung der Immunzellen nicht ins Kalkül für unsere Therapieentscheidung. Ich glaube, das ist ein, wenn ich sagen darf, so ein bisschen ein Wermutstropfen auch der Auswertung der Impower 110 Daten, das nie wirklich eindeutig gezeigt werden konnte, dass eine Gruppe von Patienten, die Immunzell-positiv ist, aber Tumorzell-PD-Lines negativ ist, wirklich von einer alleinigen Immuntherapie mit Artezolizumab profitiert. Das ist aus meiner Sicht, aus den bisher vorliegenden Analysen, nicht ausweichend gezeigt. Und das wäre sozusagen für mich der einzige Grund zu sagen, ich weiche jetzt ab und mache zusätzlich zu meiner 22C3-Färbung noch eine SP142-Färbung. Aber für diese Subgruppe konnte man, wurden nie wirklich eindeutige Daten präsentiert, sodass wir uns auf den 22C3-Essay verlassen und keine zusätzliche Analyse machen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Interpretation auch der histologischen Befunde, die wir bekommen. Vielleicht, du hast das aufgeteilt, PD-Lines-Expression größer 50 Prozent, hast die Daten der Keynote, der M-Power und der M-Power gezeigt. Und jetzt haben wir drei Substanzen zur Verfügung, die wir in dieser Indikation einsetzen können. Und du stellst immer die Frage, du hast ein bisschen herausgearbeitet, M-Power, eventuell die Plattenepithelkarzinome, etwas mehr. Was würdest du uns da für die täglich klinische Praxis mitnehmen? Welche Immuntherapie für welchen Patienten? Ich weiß, es gibt viele Überschneidungen, aber vielleicht wie M-Power Plattenepithelkarzinome eher. Was würdest du dazu sagen? Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, Pembrolizumab ist die Benchmark. Das ist die Substanz, mit der wir viel Erfahrung haben. Das ist die Substanz, mit dem längsten Follow-up. Die Daten der Keynote24-Studie sind absolut beeindruckend. Und das wird für die Mehrzahl der Patienten, glaube ich, auch in dieser Situation weiterhin die Standardtherapie bleiben. Für das C-Miblimab muss man sagen, hier sieht man eben, oder haben wir eine etwas größere Datenbasis bei Plattenepithelkarzinomen. Das kann man als Argument heranziehen. Das ist aber natürlich kein, sage ich jetzt mal, hartes, stechendes Argument, dass alle anderen Optionen sozusagen aussticht. Das ist eine Möglichkeit. Ich muss auch ganz offen sagen, hier wird sicherlich auch eine gewisse Frage die Preissituation spielen. Wie ist die Kostensituation? Wir alle wissen, dass wir unter dem Kostendruck der Immuntherapie doch zunehmend zu leiden haben. Also das ist, glaube ich, bei einer Konstellation, wo die Effektivitätsdaten ähnlich sind und auch die Crossover-Raten zwischen M-Power Lang 1 und Keynote24 sind sehr, sehr ähnlich. Auch ein Faktor, so ehrlich muss man sein, den man mit ins Kalkül ziehen muss. Für Atezolizumab ist es, glaube ich, etwas schwieriger. Hier haben wir niedrigere Crossover-Raten. Wir haben dieses Problem der Patientenselektion. Wir haben unter Umständen einen PD-L1-Antikörper, der vielleicht, wenn man bestimmten Meta-Analysen hier Glauben schenken darf, bei Patienten, für die eine potenzielle Lungentoxizität ein Problem sein könnte, hier eine Nische finden kann, weil unter PD-L1-Inhibitoren vielleicht die Rate an Pneumonitiden doch etwas niedriger ist als unter PD-L1-Inhibitoren. Ich glaube, da wäre so eine Möglichkeit, wo man einmal an den Einsatz auch von Atezolizumab in der Praxis durchaus denken könnte. Also nochmals an die Teilnehmer bei Fragen bitte melden, sonst stelle ich die ganze Zeit Fragen, aber es ist enorm spannend, insbesondere Georg, die Neodivant-Therapie. Wir haben im klinischen Alltag, wir haben jetzt eine Neodivante-Studie mit der eigenen Studie, wo wir eigentlich positive Erfahrungen haben, aber wir haben früher natürlich auch Chemotherapie, Chemoradiotherapie nach DART und Ähnliches gemacht. Und wenn ich jetzt deine frühen Daten, und ich bin bei dir, ich glaube, es ist nicht ready for prime time, aber vielleicht wird es kommen, wo wird nach deiner Einschätzung zukünftig der Stellenwert dieser Therapie in Chemo- und Chemoradiotherapie nach DART beispielsweise sein, oder wird die aller Voraussicht nach durch die modernen Therapien IO-Neodivante abgelöst werden? Also, das ist alles natürlich sehr spekulativ, aber meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist, dass die Immuntherapie hier Einzug halten wird. Was wir noch nicht so wirklich wissen, wenn wir jetzt aufs Neodivante-Setting, aber auch aufs Adivante-Setting schauen, ist, ist es wirklich für alle, so wie wir es jetzt in einer metastasierten Situation haben, wo wir auch sagen, Chemo plus Checkpoint-Inhibitor auch für PD-L1-negative Patienten, wird sich das in der Konstellation auch so zeigen. Das ist derzeit noch unklar, aber dass es hier für einen Teil der Patienten einen substanziellen Benefit zu geben scheint, das ist schon klar ersichtlich, glaube ich. Es geht jetzt nur mehr darum, herauszuarbeiten, wer ist wirklich der Patient, der diesen Benefit auch tatsächlich generiert. Die zweite Frage, die da natürlich da mitspielt, ist, ist es Neodivant, ist es Adivant oder ist es eine Kombination von beiden? Du hast die EGEN- oder EGEN-Studie angesprochen, die sozusagen eine Kombination von beiden macht, Upfront Neodivante Chemotherapie plus Durvalumab, dann Operation und dann hinterher noch eine Adivante-Therapie über ein Jahr mit Durvalumab. Also da gibt es natürlich verschiedenste Konzepte. Wir werden es schwierig haben, weil wir keine Head-to-Head-Vergleiche haben, sondern weil wir Neodivante-Ansätze, Adivante-Ansätze und kombinierte Ansätze letztendlich indirekt werden, miteinander vergleichen müssen. Und das wird natürlich wie immer dann problematisch sein, hier das beste Konzept heraus zu kristallisieren. Aber von meinem Gefühl her glaube ich, dass so ein Konzept wie es in EGEN verfolgt wurde, also sowohl früh mit der Immuntherapie einzusteigen, zu einem Zeitpunkt, wo sozusagen die gesamte Tumorlast noch im Organismus ist, wo das Immunsystem sozusagen noch maximal mit dem Tumor konfrontiert ist, hier schon diese Immunstimulation auszulösen. Und dann natürlich zu versuchen, möglichst viel an Effekt durch eine noch Adivante-Immuntherapie hinterher auch zu erzielen. Das ist, glaube ich, schon ein attraktives Konzept, weil es halt beide Theorien sozusagen ineinander vereint. Aber was sich dann letztendlich herausstellen wird, wird man sehen. Neoadjuvant hat immer so ein bisschen einen Beigeschmack. Wir haben auch jetzt, ich habe es gezeigt, eigentlich eine identische Effektivität zwischen Neoadjuvanten und Adjuvanten-Chemotherapie. Aber die Neoadjuvanten-Therapie hat sich nie durchgesetzt, weil wir eigentlich es komfortabler haben, wenn wir den Patienten up front operieren und dann ein histologisches, pathologisches Staging für diesen Patienten haben und dann wirklich auf harter Basis die Indikation für die Adjuvanten-Chemotherapie stellen können. Und ich glaube, das wird bei der Immuntherapie ähnlich sein, die Neoadjuvanten-Immuntherapie wird wirklich zeigen müssen, dass sie besser ist als die Adjuvanten-Immuntherapie, damit breite Akzeptanz gefunden wird für so ein Konzept. Weil nicht immer ist es möglich, jetzt einen, ich sage jetzt einmal, hier leeren Lymphknotenbefall schon up front mittels E-Bus zum Beispiel zu beweisen. Und dann zu sagen, okay, ein Patient hat oder hat keine Indikation für eine Adjuvanten-Therapie ist dann manchmal Neoadjuvant schwierig und da tut man sich halt leichter, wenn man dann das pathologische Staging von der Operation her hat. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Spannend von dir und die Adjuvanten-Daten, die du gezeigt hast, natürlich mit dem Vorbehalt EGFR-Mutierte eingeschlossen, PD-L1, All-Commerce eingeschlossen. Da gab es ja im ASCO viele Präsentationen zur zirkulierenden Tumor-DNA im Monitoring, egal in welcher Situation, metastosiert Adjuvant. Jetzt wissen wir alle um die Komplexität dieser zirkulierenden Tumor-DNA und dass die Diagnostik aus meinem Gesichtspunkt noch nicht reif für die täglich klinische Praxis ist. Aber das wäre wahrscheinlich auch eine Methode, die uns in der Selektion weiterhelfen könnte. Absolut, absolut. Also ich sehe das ähnlich, wie du das jetzt gesagt hast. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Daten mit unterschiedlichen methodischen Konzepten. Aber die Grundaussage ist eigentlich immer dieselbe, dass man wahrscheinlich mit der Detektion von zirkulierender Tumor-DNA ein Instrument in der Hand hat, das einem hilft, so etwas wie eine minimale Resterkrankung irgendwo greifbar zu machen. Also eine Erkrankung, die man quasi nicht mehr sieht, bildgebend, aber die man halt mit diesen sensitiven Instrumenten der Messung der zirkulierenden Tumor-DNA entweder nachweisen oder eben nicht mehr nachweisen kann. Und ich kann mir gut vorstellen von den Daten, die es jetzt gibt, dass uns das eben hilft, neben dem rein histologisch-pathologischen Staging noch einen weiteren Faktor hier einzuführen, der uns dann hilft, das Rezidivrisiko der Patienten innerhalb eines gewissen Stadiums nochmal zu unterteilen. Das heißt, dass wir dann wirklich den Patienten im Stadium 1b haben, denjenigen, der minimalen Resterkrankung negativ ist, sprich CT-DNA negativ ist und wahrscheinlich eine sehr gute Prognose hat und den, der zirkulierende Tumor-DNA positiv ist und der dann wahrscheinlich der ist, der ein hohes Rezidivrisiko hat und der wahrscheinlich dann auch nach, so wie wir es heute sehen, zumindest von einer intensiveren Adiobantentherapie mehr profitiert. Also ich glaube, in diese Richtung geht es ja. Es erinnert mich so ein bisschen auch an diesen Immunoscore beim Kolonkarzinom, wo man ja auch einen ähnlichen Effekt einfach sieht, dass man innerhalb eines TNM-Stadiums dann sozusagen nochmal Gruppen unterteilen kann, die sich zum Teil sehr substanziell in ihrem Rezidivrisiko unterscheiden und das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Instrument, das wir heute verwenden, um die Indikation für eine Adiobantentherapie zu stellen, dieses reine TNM-Stadium ja immer noch ein relativ grobes Instrument ist und wir sehen Patienten im Stadium 1b, die rezidivieren und wir sehen Patienten im Stadium 3a, die nicht rezidivieren und wir sind derzeit nicht in der Lage sozusagen, das besser zuzuordnen und da ist die Messung der zirkulierenden Tumor-DNA wohl im Moment jenes Tool, das da absolut am vielversprechendsten ist, um da einen Schritt weiterzukommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Georg. Ich glaube, es war ein spannender Vortrag, spannende Diskussion. Ich glaube, wir werden noch viel sehen in der Entwicklung des Lungenkarzinoms. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern, wir waren bis zu 60 Teilnehmer heute, also es zeigt auch das spannende Thema, also vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer, vielen herzlichen Dank an die Firma Roche für die Unterstützung und an Eugen Preuß und sein Team und dann haben wir als Abschließend herzlichen Dank an dich, Georg, für den tollen Vortrag und die Diskussion. Ich wünsche allen nun einen schönen Abend und herzlichen Dank. Vielen Dank.